Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Auch Bastian kann mit Schlifferfarben angeln. Also sprich pink. Hat sich noch mal kurz Instruktionen von Robert geholt. Und dann funktioniert das auch von hier. Hey, dickes Ding. Ach nee, Kamera ist alles gut. Da ist er. Problematik. Jetzt ist er hell. Und hier ist nochmal. Der ist komplett weg, glaube ich. Ja, man sieht den Bleikopf noch. Das war's. Das war's. Geräusche. Djudang sich nicht mehr? Und ich werde das 150 für nicht. Und ich bin ganz super longo. Das war's.